aber es sieht eigentlich ganz gut aus ja gut, patsch gucken wir uns doch mal die story zu ende an auch wenn ich das vertriebszentrum mir schon geholt habe voll geil voll geil so danke fürs geld so die grundlagen satie was brauche ich denn da mhm, ok aber ihr wisst schon dass sativa das leitheinische wort für gewächs oder pflanze ist was bedeutet dass alle cannabispflanzen sativa sind und nur die nicht indica sind eine sorte die keinen namen haben außer halt cannabis an sich cannabis sativa müssten also die indicas theoretisch heißen cannabis indica sativa oder cannabis sativa indica weil es ja heißt das cannabis gewächs aus indien schrägstrich afghanistan schrägstrich naja die ecke da da war Afghanistan oben auf den bergen und in indien da wachsen diese indicas deswegen der name indica also quasi die ausländischen die urgesischen sorten und der rest die europäischen sizes rom χ amerikanischen auch ganz interessant die sind deswegen auf den bergen so gut aufgehoben die pflanzen weil das harz dass sie bilden dass den menschen high macht gleichzeitig als uv schutz dient das heißt je weiter oben die pflanze ist desto näher ist sie ja an der sonne und damit an der quelle der uv strahlung was bedeutet weiter oben haben die mehr mehr harz gut jetzt kann ich die wieder alle abschneiden und schon habe ich wieder neue epische handflügen das ist ein trauerspiel 121 bam ja gut komm dann sehen wir gleich wieder aus ich bin zwar momentan so ein bisschen hängen geblieben und mache irgendwie nur noch das aber es bringt uns ja trotzdem voran zumindest wird dann die arbeit mehr wert geschätzt durch die ganzen boni die ich hier die hier abstauben kann also ich meine die persönliche ist schon geil hier gibt es auch noch was abzustauben und vor allem diamanten und so noch mehr dünger und alter also hier gibt es ein bisschen was für die persönlichen und die frei und und die unternehmensbelohnungen da sind auch noch mal diamanten und auch hier noch mal buffs und also bonis boni die dir ja die dir halt helfen klar die etwas steigern zum beispiel mehr geld mehr erfahrungen hier mehr geld und so macht also auf jeden fall sinn da zu arbeiten und bis jetzt sind wir bei den punkten hier was ist denn was ist denn das nächste bei unternehmen eigentlich nur diamanten okay das nächste bei mir ist hier noch mal bonus geld auf alles was ich hier drin mache wie mir scheint 3200 ist die naja gut da komme ich ja langsam langsam ran langsam ganz langsam hatte ich jetzt hier die lampe in auftrag gegeben ja die braucht ja auch nur zwölf stunden um eine lampe zu bauen aufzustellen so rob der bus steht vor der tür hast du alles was du brauchst alles außer einem letzten joint mit einem alten freund oh das reimt sich joint freund wir holen die besten hanf blüten die wir im angebot haben ahja exodus geht er dann wirklich egal da gibt es eine neue denkerfigur ok ich brauche ich brauche eine eine sourdiesel blüte scheiße aber guck mal hier der schnelle topf an der stelle noch mal danke felix der goldene topf der ist ja da und leer ok platz tippitoppi ja dann kann ich ja auch noch dünger benutzen das darf man ja auch nicht vergessen wie lange braucht dieser lustige auftrag mit rob so ne stunde oder geht der acht stunden ja gut umso mehr umso mehr grund warum ich das da jetzt machen sollte damit das die kamera ist schon wieder aus aber so ein schönes so schönes sit in mit ihm und einem alten freund und dem besten gras acht stunden alter danach bist du kannst ja froh sein wenn du den bus überhaupt noch findest klingt aber nach einer menge spaß ja die ist auch jeden moment fertig ok exzellente arbeit vielleicht könnten wir für zukünftige events eine ähnliche vereinbarung treffen auf keinen fall die rede war über eine stunde lang die jungs sind immer noch sauer auf mich sie haben mich dazu gezwungen in der ecke zu sitzen war sie das naja vielleicht überlegen sie es sich ja noch anders sobald sich die gemüter wieder etwas beruhigt haben wie dem auch sei wie versprochen übergebe ich hiermit eure bezahlung die schlüsselkarte für die vertriebszentrale die habe ich aber das ist ja trotzdem schon freigeschaltet jetzt frage ich mich habe ich die habe ich die in irgendeinem lager liegen jetzt das ist falsch oder wie oder was es ist ja in meine tasche geworden da öffnet die vertriebszentrale vielleicht kann der jimmy dabei helfen an diesen gegenstand zu kommen ja das habe ich ja schon erledigt jetzt würde mich mal interessieren kann ich die verkaufen das wäre doch mal hart lustig da könnte die irgendwer kaufen und damit sein vertriebszentrum ne ok hier geht es nicht im lager ne natürlich nicht ja gut aber jetzt habe ich sie gerade gekriegt und jetzt guck mal wie weit wir wie weit wir ja schon 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 freigeschaltet haben hier in unserem unternehmen es war also doch ok und schlau und klug dass ich die diamanten dafür ausgegeben habe um das freizuschalten um die schlüsselkarte zu ersetzen so nochmal Dünger vielen Dankeschön vielen Dankeschön was geht hier ab ok das brauche jetzt das ist das ist das das ist das